hallo und willkommen zu einem neuen artikel video von diesem coolen artikel hier schweizer bengal fackeln von jgwb sechs stück hier ziemlich groß müssen das sein in grün silber und rot wie es aussieht ja 30 cm gerne nennen die das silberne halt so sind hier aus fette teile so ich werde jetzt einfach mal das hier ist grün das silber und das rot ich jetzt einfach mal so und dann viel spaß mit diesem artikel sowohl die schweizer fackeln meine wette grün dann ist es rot silber es ist silber dann ist das grün das dunkle so so Silber ist zuerst alle, grüne macht richtig viel Licht. Schöne Qualität. Nice, tschüss bis zum nächsten Mal. Okay.